Hey Leute! So, so schnell vergeht die Zeit. Heute ist nämlich schon Tag 3 unseres Adventskalenders und das Türchen werden wir jetzt aufmachen. Den Gewinn seht ihr schon die ganze Zeit. Es handelt sich hierbei nämlich um die Ziegenleder-Handschuhe. Ja, was sagt man jetzt über Handschuhe? Diese Handschuhe sind total robust. Für alle, die ein Kochgeschirr haben ohne Henkel, können das mit diesen Handschuhen problemlos einfach aus dem Feuer nehmen. Für Holzarbeiten sind diese Handschuhe optimal, aber sie halten auch richtig schön warm, da sie gefüttert sind. Ich wünsche den Gewinnern damit viel Spaß. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao!